James Martin Roberts, genannt Martin, wurde am 19. August 1996 geboren und stammte aus Kennersville, North Carolina. Er war ein geborener Sportler und hat sein ganzes Leben lang viele Sportarten betrieben. In der Highschool konzentrierte er sich auf Fußball und wurde sogar zum Mannschaftskapitän ernannt. Martin war lustig, beliebt und intelligent. Seine Eltern John und Kimberly waren geschieden, aber Martin stand beiden weiterhin sehr nah. Er stand aus seiner Stiefmutter Abby und seiner Halbschwester Nikki sehr nah. Am 21. April 2016 verließ Martin seine Wohnung in Boone, North Carolina gegen 10.30 Uhr und ging über den Campus der Universität. Der 19-Jährige sagte zu seinen Mitbewohnern, dass er in die Bibliothek gehen würde. Aber als er seine Cousine an einer Bushältestelle traf, sagte er zu ihr, dass er zurück zu seinem Verbindungshaus gehen würde. Er erreichte jedoch keinen der beiden Orte und er wurde auch nie wieder gesehen. Martin hatte im Jahr zuvor an der Universität studiert und war der Studentenverbindung beigetreten. Er war aber in Schwierigkeiten geraten, nachdem er am Steuer erwischt wurde, wo er was getrunken hatte und beschloss daher, eine Auszeit zu nehmen. Er zog dann für ein Semester zurück nach Kennersville, North Carolinas und kehrte dann nach Boone zurück, wo er sich für Onlinekurse an einem anderen College einschrieb. Einige seiner Freunde wussten nicht, dass er die Schule gewechselt hatte und Martin plante auch, im Herbst wieder Kurse an der Universität zu nehmen, wo er sich nun die Auszeit genommen hatte. Als Martin am Donnerstag nicht aus der Bibliothek zurückkehrte, waren seine Mitbewohner zwar verwundert, aber auch nicht besonders beunruhigt. Sie nahmen einfach an, dass er die Nacht woanders verbracht hatte und irgendwann am Freitag schon zurückkommen würde. Der Vater von Martin, John Roberts, machte sich dann Sorgen, als er ihn am Freitag nicht erreichen konnte und wandte sich dann an den Vermieter seines Sohnes, um diesen zu fragen, ob er mal nach Martin sehen könne. Der Vermieter sprach mit den Mitbewohnern von Martin. Die berichteten, dass die Tür zu seinem Zimmer geschlossen war und sie davon ausgegangen waren, dass er sich darin aufhielt. Als sie das Zimmer betraten, fanden sie alle Habseligkeiten von Martin, aber keine Spur von ihm. Eine Notiz auf seinem Schreibtisch deutete darauf hin, dass er vorhatte, für eine Weile wegzugehen. Die Notiz, die er hinterlassen hatte, war etwas zweideutig, ließ aber nicht erkennen, dass er vorhatte, sich irgendetwas anzutun. Der Vater sagte, dass sein Sohn anscheinend nur für eine Weile von der Bildfläche verschwinden wollte. Er sei optimistisch, dass er seinen Sohn irgendwann wiedersehen werde. Da die Notiz ziemlich allgemein gehalten war, haben die Eltern die Hoffnung, dass es sich nur um ein Szenario handelt, bei dem Martin nicht wusste, was er tun wollte, sondern nur, dass der Ort, an dem er sich befand, nicht der richtige war und er nicht wusste, wie er da wieder herauskommen sollte. Martins Notiz deutete darauf hin, dass er von sich selbst enttäuscht war, weil er nicht alle ihm gebotenen Möglichkeiten genutzt hatte. Möglicherweise war er nur deshalb aufs College gegangen, weil er glaubte, dass seine Eltern das wollten und als er dann im ersten Semester nicht so gut abschnitt, fühlte er sich schuldig, weil er sie enttäuscht hatte. Aus der Notiz ging zwar nicht hervor, dass Martin sich etwas antun wollte, aber er machte deutlich, dass er eine große Veränderung in seinem Leben plante. Manche vermuten, dass er einfach nur an einen Ort gehen wollte, an dem er außerhalb des Rasters leben konnte, während andere dachten, er könnte sich dem Friedenskorps oder einer anderen Hilfsorganisation abschließen. Alle Kleidungsstücke, elektronische Geräte und sonstige Habseligkeiten von Martin waren in seinem Schlafzimmer zurückgelassen worden, ebenso wie seine Brieftasche und seinen Personalausweis. Das Einzige, was in der Wohnung fehlte, waren einige Lebensmittel, die er kurz vor seinem Verschwinden gekauft hatte. Es schien, als hätte er Lebensmittel mitgenommen, aber sonst nichts. Martin schien gut gelaunt zu sein, als sein Vater das letzte Mal mit ihm sprach. Er hörte sich an, als würde ihm der Unterricht Spaß machen, und er erwähnte, dass er sich für mehrere Stellen beworben hatte. Erst später erfuhr seine Familie, dass er sich seit über einen Monat nicht mehr in seine Onlinekurse eingeloggt hatte und auch nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen gegangen war. Vielleicht hatte er aus Angst vor Enttäuschung seine Eltern beschlossen, lieber zu verschwinden, als sich ihnen zu stellen. Laut seinem Vater John deutete Martins Notiz darauf hin, dass er eine Art Reise machen wollte, von der seine Familie hoffte, dass sie nur vorübergehend war. Martin wurde am Freitag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Ermittler erhielten ein Überwachungsvideo aus dem Bus, in dem die Cousine von Martin eingestiegen war und auf den Martin auf der Straße zu sehen ist. Als er sich einer Kreuzung näherte, verlor das Video ihn aus den Augen. Die Ermittler konnten keine weiteren Überwachungsbilder von ihm finden. Ein Zeuge gab an, Martin in der Gegend um einen See am Blue Ridge Parkway gesehen zu haben, aber die Ermittler konnten diese Sichtung nicht bestätigen. Martin war dafür bekannt, dass er viel Zeit auf den Wanderwegen rund um diesen Blue Ridge Parkway verbrachte, sodass es auch plausibel erschien, dass er dorthin gegangen sein könnte. Die Ermittler suchten aber das ganze Gebiet mit einem Hubschrauber ab, der auch mit einem Infrarotradar ausgestattet war. Aber sie fanden keine Spur von Martin. Ein Freund der Familie bezeichnete Martin als ein guter Kerl, der vom Weg abgekommen ist. Normalerweise war er ein sehr geselliger Mensch. Doch als er nach seinem Urlaubssemester wiederkam, widmete er sich ernsthafter seinem Studium und hielt sich mehr von den Mitbewohnern fern. Und seine Mitbewohner hatten gar keine Ahnung, dass er überhaupt nicht zum Unterricht gegangen war. Am Dienstag vor seinem Verschwinden war Martin mit seiner Gruppe von Freunden in ein örtliches Café gegangen, um an einen Quizabend teilzunehmen. Eine Freundin hatte zu diesem Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches an ihn bemerkt. Er machte viele Witze, alle liebten es, mit ihm zusammen zu sein und er brachte alle zum Lachen. Die Mutter von Martin, Abby, erklärte, dass es nicht typisch für Martin sei, einfach zu verschwinden, ohne irgendjemand zu kontaktieren und sie hatte Angst um seine Sicherheit. Sie gab an, dass es sehr wehtut, dass er nicht weiß, wie sehr er geliebt wird. Sie hoffte, dass er die vielen Unterstützungsbekundungen von Freunden, Verwandten und völlig Fremden sehen und realisieren würde, wie sehr er vermisst wird. Sein Vater John sagte, er könne an nichts anderes denken als daran, seinen Sohn zu finden. Für ihn ist diese Situation sehr ungewöhnlich, sehr seltsam, sehr unerwartet. Martin war noch nie in einer solchen Situation, in der er einfach wegging und ganz alleine war. Seine Eltern haben das nicht kommen sehen und sie hatten keine Ahnung, dass so etwas passieren könnte. Der Vater hoffte, dass jemand Martin gesehen haben könnte und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben könnte. Die Ermittler erklärten, dass nichts in Martins Notizen darauf hindeutete, dass er sich selbst etwas antun wollte. So, dass sie diesen Fall wie einen normalen Vermisstenfall behandelten. Sie befragten Busfahrer, konnten aber keinen finden, der sich daran erinnerte, Martin mitgenommen zu haben, was sie zu der Annahme veranlasste, dass er den Campus zu Fuß verlassen hatte. Dutzende von Freiwilligen, darunter viele von Martins Verbindungsbrüdern, halfen bei der Suche nach dem vermissten Studenten in der Umgebung des Campus. Martin hatte all seine Habseligkeiten, einschließlich seines Handys, in seinem Zimmer gelassen und sein Vater glaubte nicht, dass er Zugang zu viel Bargeld hatte. Möglicherweise hatte ihm jemand eine Mitfahrgelegenheit oder Geld gegeben, vielleicht ohne zu wissen, dass er vermisst wurde. Die Ermittler baten jeden, der glaubt, mit ihm zu tun gehabt zu haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Sie betonten auch, dass sie nur wissen wollten, dass Martin in Sicherheit sei. Obwohl seine Familie ihn unbedingt nach Hause holen wollte, wiesen die Ermittler darauf hin, dass er erwachsen sei und sie seinen Aufenthaltsort nicht preisgeben würden, wenn er das nicht wünschte. Die Ermittler gaben an, in den Tagen nach Martins Verschwinden zahlreiche Hinweise erhalten zu haben und gingen jedem Hinweis nach. Sie haben versucht, die Suche auf der Grundlage der gesammelten Information durchzuführen. Wenn sie von einem Gebiet erfahren haben, in dem möglicherweise eine Sichtung stattgefunden hat, wurde dieses Gebiet abgesucht. Doch leider hatten sie keine Hinweise auf den Verbleib von Martin gefunden. Im Laufe der Tage wurden die Angehörigen von Martin immer verzweifelte und hofften, von ihm zu hören. Sie befürchteten, dass er eine Wanderung unternommen haben könnte, um den Kopf frei zu bekommen und dann auf den Weg eine Art Unfall hatte. Die Familienmitglieder blieben in der Nähe, um bei der Suche zu helfen und suchten jeden Tag die Gegend nach Hinweisen von Martin ab. Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Spur von ihm zu finden. Leider gab es viele verschiedene Möglichkeiten, wie er verschwunden sein könnte und viele verschiedene Orte, an denen er sich aufhalten könnte. Knapp zwei Wochen nach seinem Verschwinden gaben die Behörden bekannt, dass sie ihr Suchgebet ausweiten würden. Es wurden Gebiete in ganz North Carolina sowie Teile von Virginia und South Carolina abgesucht. In anderen Gegenden, in denen sich Martin aufgehalten haben könnte, wurden Flugblätter mit Vermisstenmeldungen ausgehängt. Der Polizeichef erklärte, dass sie es der Familie schuldig sind, unter jeden Stein zu schauen, jede Seite umzublättern, um irgendetwas herauszufinden. Irgendwo und irgendjemand muss etwas wissen. Crimestoppers kündigte an, dass sie eine Belohnung von 1000 Dollar für Informationen aussetzten, die zum Aufenthaltsort von Martin führen und die Ermittler hofften, dass dies einige neue Hinweise bringen würde. Als sie jedoch aus Tagen, Wochen wurden, gaben sie zu, dass sie keine Ahnung hatten, wohin Martin gegangen sein könnte. Einen Monat, nachdem Martin zum letzten Mal gesehen wurde, versuchten die Ermittler immer noch herauszufinden, was er in den Tagen und Stunden vor seinem Verschwinden getan hatte. Sie konnten sich mehrere große Zeitabschnitte nicht erklären und glaubten, dass er bei jemandem gewesen sein könnte, der wusste, wo er zu finden war. Die Polizei erklärte, dass Martin Zeit mit jemandem verbrachte. Es gibt gewisse Zeitabschnitte seines Tages, die nicht aufgezeichnet wurden und man geht davon aus, dass irgendjemand darüber Bescheid weiß. Diese Person kann sich auch anonym melden, soll sich aber dringend melden. Am 1. Juni 2016 suchte ein Suchteam den True See nach einem Hinweis auf Martin ab. Obwohl seine Familie glauben wollte, dass er noch am Leben war, erkannten sie, dass die Möglichkeit bestand, dass er es nicht war, und die Suche konzentrierte sich nun auf die Suche nach einem Körper. Die Suche war erfolglos. Diejenigen, die Martin gut kannten, waren sich sicher, dass er seinen Vater anrufen würde, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Und da er dies nicht tat, waren sie umso mehr darauf bedacht zu erfahren, was mit ihm geschehen war. Sein Vater John hatte erklärt, dass es das schönste Geburtstagsgeschenk der Welt für ihn gewesen wäre, von Martin zu hören, dass es ihm gut gehe, dass er in Sicherheit sei und ob er jetzt oder später oder irgendwann nach Hause kommen könne. Er war über den fehlenden Kontakt sehr traurig. Nachdem die Suche nach Martin die Zwei-Monats-Grenze überschritten hat, baten die Ermittler, die Öffentlichkeit, wachsam zu sein und ihre Ferienwohnungen im Sommer zu überprüfen. Die Polizei erklärte, dass er in ein Ferienhaus eingebrochen sein könnte und eine Zeit lang von deren Speisenkammern gelebt haben könnte. Am 19. August 2016 hätte Martin seinen 20. Geburtstag feiern sollen und seine Mutter hatte ihn zu diesem Anlass einen Kuchen gebacken. Auf den sozialen Medien appellierte sie an ihn, sich zu melden und ihr mitzuteilen, dass es ihm gut gehe, auch wenn er nicht nach Hause zurückkehren wolle. Die Monate vergingen und es gab kaum Fortschritte in dem Fall. Am ersten Jahrestag von Martins Verschwinden beschlossen die Ermittler, die gesamte Akte noch einmal durchzugehen, um zu sehen, ob sie vielleicht etwas übersehen hatten. Im Laufe der Ermittlungen hatten sie 35 Durchsuchungsbefehle ausgestellt, um unter anderem Zugang zu Martins Bankkonten, Mobiltelefonaufzeichnungen und E-Mail-Konten zu erhalten. Auf keines dieser Konten wurde seit Martins Verschwinden zugegriffen und sie lieferten keine nützlichen Informationen. Die Jahre vergingen und Martins Fall wurde kalt. Am fünften Jahrestag seines Verschwindens gaben die Ermittler zu, dass sie zwar Dutzende von Suchaktionen nach dem Vermissten durchgeführt hatten, aber keinen Schritt weitergekommen waren, um herauszufinden, was mit ihm geschehen war. Obwohl sie immer noch wöchentlich Hinweise erhielten, konnten sie keine handfesten Spuren finden und Martin wurde nicht mehr gesehen, seit er nach dem Gespräch mit seiner Cousine die Straße hinuntergegangen war. Martins Angehörige versuchten, optimistisch zu bleiben, dass sie ihn eines Tages wiedersehen würden. James Martin Roberts war gerade einmal 19 Jahre alt, als er im April 2016 verschwand. Er hinterließ eine Notiz, in der er angab, dass er für eine Weile weggehen wollte. Er bedauerte auch, dass er nicht alle Chancen genutzt hatte, die sich ihm geboten hatten.